Nach der Zerstörung Gazas ist der Libanon als nächstes dran. In dieser Frage stellt sich Fabian Lehren in seinem neuesten Video, in dem er sich auch mit der Geschichte der Hezbollah und des Konfliktes zwischen Israel und dieser Organisation beschäftigt. Ich habe mir das Video schon angesehen. Ich fand es tatsächlich sehr informativ und wir schauen uns das mal an, um die Hintergründe des aktuellen Konfliktes besser zu verstehen. Ich würde sagen, wir starten dann auch gleich mal rein. Die Regierung Netanyahu, mit der seit knapp einem Jahr andauernden blutigen Zerstörung Gazas offensichtlich noch nicht genug ausgelastet, scheint auf dem Weg zur Eröffnung eines Zweiten Krieges zu sein. Anders kann man die massive israelische Eskalation des seit letztem Jahr andauernden schwelenden Konflikts mit der Hezbollah kaum erklären. Seit Beginn des israelischen Rachekriegs gegen Gaza hat es entlang der israelischen Nordgrenze einen ständigen Kleinkrieg niedriger Intensität zwischen Hezbollah und IDF gegeben. Die Hezbollah sah sich aus PR-Gründen genötigt, nach Beginn der israelischen Zerstörung Gazas als Solidaritätsgäste einige kleinere Raketen auf israelisches Gebiet abzufeuern. Was Israel wiederum mit begrenzten Luft- und Artillerieschlägen auf vermutete Hezbollah-Stellungen im Süd-Libanon beantwortete. Worauf wieder ein bisschen Hezbollah-Raketen oder Mörserfeuer folgte und so weiter. Aber mehr tat die Hezbollah auch nicht, obwohl sie sehr wohl mehr hätte tun können. Die Hezbollah, die seit vielen Jahren die Strukturen des libanesischen Staates integriert ist. Ja, was heißt, sie hätte mehr tun können? Die Hezbollah hätte, wenn sie Israel intensiver angegriffen hätte, halt eine weitere Eskalation riskiert und den Hardlinern in Israel, die eben diese Eskalation ja schon seit dem 7. Oktober letzten Jahres wollten, damit weiteren Auftrieb gegeben. Entsprechend hat sie sich eher zurückhaltend verhalten. Also es gibt ja diese Grafik von der BBC. Wir werden uns gleich in der nächsten Reaktion auf Geopolitical Economy Report nochmal ansehen. Es gibt ja diese Grafik von der BBC, die zeigt, dass es in jedem einzelnen Monat viel mehr israelische Angriffe auf den Libanon als Hezbollah-Angriffe auf Israel gegeben hat. Also die Hezbollah, die hat sich im Vergleich zum israelischen Verhalten sehr, sehr zurückhaltend verhalten. Und der Grund dafür ist eben, dass die Hezbollah-Führung offensichtlich keinen großen Krieg wollte. Ganz im Gegensatz zur israelischen Regierung. Und direkt oder indirekt Zugriffe von guten Teil der Ressourcen dieses Staates, ist eine militärisch ernstzunehmendere Kraft als die Hamas im Gazastreifen. Der bewaffnete Arm der Hezbollah ist eher eine Armee als eine bloße Miliz. Relativ gut ausgebildet, bewaffnet und finanziert auch durch den Iran, der die schiitische Hezbollah als seinen Satelliten im Libanon nutzt. Der letzte Bodenkampf zwischen Israel und der Hezbollah im Zuge der Invasion 2006 verlief für die IDF nicht glänzend und ging mit erheblichen Verlusten einher. Hätte die Führung der Hezbollah nun nach Beginn der israelischen Gaza-Invasion beschlossen, in großem Stil in den Norden Israels einzumarschieren, würde das für die personell gerecht kleinen israelischen Streitkräfte ein erhebliches Problem dargestellt und sie vielleicht sogar zum Abbruch der Gaza-Operation gezwungen haben. Aber die Hezbollah entschied sich dagegen. Wie auch viele mit ihrer angeblich anti-israelischen Haltung kokettierende arabische Regierungen, ist Palästina auch für die Hezbollah eher ein Sonntagsredenthema, mit dem man von inneren Problemen ablenken kann als ein tatsächliches politisches Anliegen. Was die Hezbollah tatsächlich interessiert, ist die Konsolidierung ihrer innenpolitischen Machtstellung innerhalb des Libanon und nicht Märtyrerkampf für Palästina. Irgendeine Reaktion auf die israelischen Kriegsverbrechen in Gaza wurde von der Öffentlichkeit aber erwartet, insbesondere im Libanon, dessen Bevölkerung zu einem großen Teil aus dem Nachfahren geflüchteter Palästinenserinnen besteht, die von Israel vertrieben worden waren. Und so kam es eben zu diesem monatelangen Symbolkrieg auf Sparflamme mit alle paar Tagen mal ein paar Hezbollah-Raketen auf Israel und ein paar Bomben und Artilleriegranaten auf den Süd-Libanon als Reaktion. Eine Aktion, um seine Militanz zu demonstrieren, gleichzeitig aber auch zu zeigen, dass man an einem echten Krieg mit Israel kein Interesse hat. Der Rahmen dieses sehr begrenzten, ritualisierten, symbolischen Kleinkriegs mit geringem Schaden... Also die Hezbollah wollte keinen großen Krieg mit Israel. Sie wollte erstmal natürlich Solidarität mit den Palästinensern demonstrieren, die gerade in Gaza massakriert werden. Sie hat das sicherlich natürlich auch aus innenpolitischen Gründen gemacht. Und sie wollte Israel dazu zwingen, zumindest einen Teil seiner Truppen, die dann sich nicht an dem Massaker da in Gaza beteiligen konnten, nie an der Nordgrenze zu binden. Wenn der Beschuss von der Hezbollah stattfindet, muss Israel einen Teil seiner Truppen dort binden und kann diese Truppen dann eben nicht in Gaza einsetzen. Also das war das Kalkül dahinter. Aber wie gesagt, der Beschuss von der Hezbollah, der war weitaus geringer als der Beschuss, den Israel in der gleichen Zeit, beziehungsweise als die Angriffe, die Israel auf den Libanon geflogen hat. Also die Hezbollah hat schon ganz klar gemacht, dass sie keinen großen Krieg wollte, sondern dass sie einfach nur wollte, dass die israelischen Verbrechen in Gaza aufhören. Wurde nun aber von Israel durchbrochen. Zuerst mit einer spektakulären Geheimdienstaktion, die zur gleichzeitigen Explosion von hunderten Pagern höherer Hezbollah-Funktionäre mit vielen, darunter auch zivilen Todesopfern führte. Gleich darauf dann mit größeren gezielten Luftschlägen gegen Hezbollah-Einrichtungen, die mehrere ihrer hochrangigsten Führer töteten. Dann mit einer viel breiteren, wahlloseren Bombenoffensive, die innerhalb eines Tages ein vielfaches der Todesopfer des gesamten Kleinkriegs der letzten elf Monate forderte. Rund 600 Menschen. In den letzten Tagen gab es an vielen einzelnen Tagen hunderte Tote. Also an einem einzelnen Tag sind letzte Woche knapp 600 Menschen gestorben. Ein Großteil davon Zivilisten. Also an einem einzelnen Tag sterben mehr als doppelt so viele Zivilisten im Libanon durch israelische Angriffe wie im Ukraine-Krieg. In einem gesamten Monat Zivilisten sterben. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die Menschen im Süd-Libanon wurden an einem einzigen Tag von israelischen Bomben und Raketen zerfetzt. Ein großer Teil davon Zivilisten. Und jetzt sieht es danach aus, dass Israel eine Bodeninvasion im Libanon vorbereitet. Und einer von Netanyahus' Ministern resoniert bereits öffentlich über die Notwendigkeit, den Süden des Landes als Sicherheitszone zu annektieren. Und was die Bundesregierung, die das gewaltsame Verschieben von Grenzen im Fall der Ukrainas einen Zivilisationsbruch gegeißelt hatte, der zum Ausschluss aus der internationalen Gemeinschaft führen müsse, freilich nicht daran hindert, den israelischen Staat weiterhin mit Waffen und Geld zu überschütten. Auch wenn damit ein Eroberungskrieg geführt werden sollte. Ja, Israel hält sich ans Völkerrecht. Das ist die Position der Bundesregierung. Das ist vollkommen grotesk. Also ein anderer israelischer Minister hat sogar das Existenzrecht des Libanons als Staates komplett geleugnet. Gesagt, der Libanon hat kein Existenzrecht. Das ist ja überhaupt kein richtiger Staat. Also interessiert hierzulande nur jemanden, wird hierzulande aber auch nicht berichtet. Im Süden des Libanon löst diese Entwicklung gerade eine Massenflucht der örtlichen Bevölkerung aus. Auch weil der Gedanke an eine israelische Invasion historischer Traumata an die ungemein brutale, rücksichtslose Invasion in den 80er Jahren auslöst, der zur gediensteten Geburtsstunde der Hisbollah wurde. Dafür muss man ein wenig zurückblicken auf die neuere Geschichte des Libanon. Der heutige Libanon war jahrhundertelang ein Teil der osmanischen Provinz Syrien. Erster französische Imperialismus, der nach dem Ersten Weltkrieg Syrien zu seiner Kolonie machte, schnitt aus Syrien einen Libanon genannten Küstenstreifen heraus. Das war Teil der französischen Teile- und Herrscherstrategie. Denn diese Region war überwiegend von vor allem maronitischen Christen bevölkert, die die Franzosen privilegierten und schützten, um sie gegen die muslimische Bevölkerung auszuspielen. Auch nach dem Abzug der Franzosen blieb der Libanon ein von den maronitischen Christen dominierter, engstens an Frankreich gebundener Basallenstaat von Paris. Im System des libanesischen Konfessionalismus waren der Posten des Präsidenten und die Mehrheit der Parlamentssitze per Verfassung den Christen garantiert. Und Armee und Sicherheitsdienste waren ebenfalls ganz überwiegend in christlicher Hand. Im Laufe der Zeit wurden die Christen aber von der Mehrheit zu einer Minderheit. Einmal wegen der deutlich höheren Geburtenraten der ärmeren muslimischen Bevölkerung, andererseits wegen des Zustroms hunderttausender palästinensischer Flüchtlinge, die vom neuen israelischen Staat vertrieben und enteignet worden waren. In den 70er Jahren dürften schon etwa 55% der Bevölkerung muslimisch gewesen sein. Offizielle Statistiken wurden seit 1932 nicht mehr veröffentlicht, um die minoritär gewordene Stellung der Christen nicht zugeben zu müssen. In die zur Mehrheit gewordenen und vom maronilenditisch dominierten System ökonomisch und in jeder anderen Hinsicht massiv benachteiligten Muslime begannen sich zu wehren und politisch zu organisieren. In den späten 50er Jahren gab es einen ersten Aufstand, der durch eine amerikanische Invasion zur Stützung der autoritären Herrschaft des maronitischen Präsidenten Hamun erstickt wurde. Aber schon 1975-76 gab es die nächste Explosion des Konflikts mit blutigen Kämpfen zwischen der Regierung und rechtsextremen christlichen Milizen auf der einen primär muslimischen Aufständischen auf der anderen Seite. Die Rebellen vereinigen sich in der links-säkular dominierten nationalen Bewegung des Drusen Kamal Dschumblat, die gleichzeitig nationale Befreiungsbewegung der libanesischen Muslime und sozialistisch geprägter sozialrevolutionärer Aufstand insbesondere der bitterarmen libanesischen Schiiten gegen die herrschenden christlichen Bonzen war, wobei sich durchaus auch linke Christen Dschumblats Bewegung anschlossen. Wieder wurde der Maronitenstaat durch eine ausländische Invasion gerettet, diesmal des syrischen Baf-Regimes, das den Libanon immer noch als Teil Syriens betrachtete und hoffte, ihn durch Umwandlung einen von Damaskus abhängigen Marionettenstaat dauerhaft eng an Syrien binden zu können. Die massive syrische Militärpräsenz stabilisierte 1976 das angeschlagene Regime. Das war übrigens erst Bashar al-Assad, der anerkannte, dass der Libanon überhaupt ein eigener Staat ist. Also in Syrien, da war man noch lange Zeit ziemlich davon angefasst, dass die Franzosen den Libanon aus Syrien herausgelöst hatten, aus politischen Gründen. Wieder brachen in den nächsten Jahren die Gewalt erneut aus. Was hat nun Israel mit all dem zu tun? Im Süden des Libanon lebten nicht nur hunderttausende palästinensische Flüchtlinge. Auch die palästinensische Exilregierung, die von Yassir Arafat säkular-nationalistischer Fatah-dominierte PLO, hatte im Libanon ihr Hauptquartier und verfügte dort über militärisch geschulte, bewaffnete Einheiten. Die rechte Likud-Regierung unter Menachem Begin plante damals, das seit 1967 besetzte Westjordanland in israelisches Staatsgebiet umzuwandeln, die einheimische palästinensische Bevölkerung einer ethnischen Säuberung komplett zu vertreiben, nach Jordanien zu jagen und durch israelische Siedler zu ersetzen. Als Vorbereitung dafür sollte die PLO-Führung liquidiert und ihren Milizen das Rückgrat gebrochen werden, wofür das Chaos im Libanon eine gute Gelegenheit bot. Also, aber warum 1982? Also Israel hatte schon Ende der 1970er Jahre angefangen, den Libanon zu bombardieren und die Falange-Miliz zu unterstützen. Dazu wird Fabian Lerner auch gleich noch kommen. Aber warum 1982? Nun, da hatte sich Israel gerade vom Sinai zurückgezogen, infolge des Camp David-Abkommens mit Ägypten. Das heißt, Israel hatte da militärisch wieder eine Hand frei. Also, diesen Friedensschluss mit Ägypten hat Israel dann relativ schnell dazu genutzt, um einen neuen Regionalkrieg, um sich zumindest in einen neuen Regionalkrieg einzumischen. Also, ja. Das jetzt vielleicht noch an die Leute, die immer sagen, Israel wolle Frieden, wenn die anderen Staaten, also wenn die anderen arabischen Staaten das auch wollten. Also, bisher hat Israel Friedensschlüsse vor allem dazu genutzt, um dann neue Kriege an anderen Fronten vom Zaun zu brechen. Schon seit 1977 baute Israel die maronitische faschistische Falange-Miliz mit großen Geld- und Waffenzuwendungen als seinen Bundesgenossen im Libanon auf. Die Falange verachtete die muslimische Bevölkerung und ganz besonders die armen, sozial an den Rand gedrängten palästinensischen Flüchtlinge im Land. Als Phalanquisten einen Bus mit palästinensischen Arbeitern überfielen und alle 28 Fahrgäste erschossen, hatte das eine neue Eskalationsstufe im libanesischen Bürgerkrieg ausgelöst. Für eine Vernichtung der PLU aber war eine große israelische Intervention nötig und der dafür passende Vorwand verbot sich 1982. Damals unternahm eine kleine palästinensische Terrorgruppe einen gescheiterten Mordversuch gegen den israelischen Botschafter in London. Die Terroristen hatten absolut nichts mit der PLU zu tun, ja, waren mit dieser heftig verfeindet. 1978 hatten sie den PLU-Sprecher Said Hamami ermordet, weil dieser den Individualterrorismus verurteilt und im Namen der PLU für friedliche Verhandlungen mit Israel über eine Zwei-Staaten-Lösung plädiert hatte. Ein Appell, auf den Israel damals nicht reagierte. Trotzdem wurde dieser Vorfall nun als Legitimation verwendet, im Libanon einzumarschieren und dort den Krieg gegen die PLU zu eröffnen. Anfang Juni 1982 begann die israelische Invasion unter dem zynischen Namen Frieden für Galilea. Die Invasionstruppen gingen mit extremer Brutalität vor. Wo sie unter Beschuss gerieten, wurden ganze Dörfer in Schutt und Asche gelegt, Zivilisten zu Dutzenden und Hunderten in Vergeltungsaktionen massakriert. Eine Kommission der UN ermittelte, dass in den ersten zehn Wochen des Einsatzes 17.000 Libanesen und Palästinenser von den israelischen Truppen umgebracht und 30.000 verwundert worden waren. Als sie West Bayruth erreichten, wo die PLU ihr Hauptquartier hatte, wurde das Gebiet mit zigtausenden Zivilisten eingeschlossen und ohne Zugang zu Lebensmitteln oder medizinischer Versorgung belagert, die Siedlung von Bomben und Artilleriegranaten umgepflügt. Jedes Gebäude, in dem man PLU-Kader vermutete, wurde gezielt zerstört. Einmal übernachtete Arafat in einem Wohnhochhaus. Die Israelis bekamen davon Wind. Wenige Minuten nachdem Arafat das Gebäude am Morgen verlassen hatte, brachte die israelische Luftwaffe das Gebäude zum Einsturz. Allein dabei fanden 250 dort wohnende Zivilisten den Tod. Ja, 250 tote Zivilisten dafür, dass man Arafat nicht getötet hat. Also das erinnert irgendwie an das israelische Vorgehen heute in Gaza, wie heute auch im Libyenon. Also Israel bombardiert Wohngebiete und nimmt dabei den Tod hunderter Zivilisten in Kauf, um vielleicht einen Hamas-Funktionär, einen Isbola-Funktionär zu töten. Und genau dieses Verhalten hatte Israel schon in den 80er Jahren während seiner ersten Invasion im Libanon an den Tag gelegt. Es ist nichts Neues. Das ist das Standardvorgehen der israelischen Streitkräfte. Am 12. August wurde die Gegend einem elfstündigen, pausenlosen Bombardement unterzogen. An diesem einen Tag wurden 800 Gebäude zerstört und über 500 Zivilisten getötet. Und nur ein Anruf von US-Präsident Reagan bei Begin, in dem Reagan ihn ermahnte, mit diesem für das Ansehen des Westens desaströsen Wahnsinn aufzuhören, brachte den Angriff zu einem Ende. Auf amerikanischen Druck schlossen die Israelis ein Waffenstillstandsabkommen mit der PLO, worin diese sich verpflichtete, alle ihre Kämpfer und Aktivisten aus dem Libanon abzuziehen und sie grüppchenweise über verschiedene arabische Staaten zu verteilen, womit das israelische Hauptziel erreicht war, die PLO als handlungsfähige Macht auszuschalten. Ja, Israel hat also auf Druck der USA, auf dem Verhandlungsweg sogar, sein Kriegsziel erreicht. Also das israelische Kriegsziel war erreicht. Was hat Israel jetzt gemacht? A, es hat sich zurückgezogen. B, es hat weiter versucht, den Südlibanon besetzt zu halten. Also könnt ihr jetzt mal einen Chat schreiben, A oder B, was glaubt ihr? Also natürlich nur, wenn ihr es nicht wisst. Und jetzt hört, was tatsächlich passiert ist. Aber die israelischen Besatzungstruppen blieben im Libanon und sie kooperierten noch enger als bisher mit den faschistischen Falange-Militionären, die Terroranschläge und Massaker gegen die verbliebenen Palästinenser verübten. Im September 1982 kam es zur grauenhaftesten Zusammenarbeit von israelischer Armee und faschistischen Milizen. Zehntausende Palästinenser lebten im Libanon in Flüchtlingslager. Seit dem Abzug aller PLO-Kräfte in erster Linie Frauen, Kinder und alte Leute. Die Größen dieser Flüchtlingslager wurden nun von der israelischen Armee umstellt, niemand mehr herein- oder herausgelassen. Und dann holte man nach einem am 16. September einen getroffenen Entschluss von Verteidigungsminister Ariel Sharon die Phalangisten. Die israelischen Truppen geleiteten Phalangistentrupps zu den palästinensischen Flüchtlingslagern von Schatila und Sabra und überließen diesen den Rest. 36 Stunden lang tobte das Gemetzel. Die palästinensischen Frauen wurden von den Phalangisten erst Gruppenvergewaltigungen unterzogen und dann erschossen. Auch Kinder bedenkenlos massakriert. Israelische Offiziere hörten ein Funkgespräch zwischen zwei Phalangisten mit. Ein Phalangist meldete seinem Vorgesetzten, dass er in einem Versteck 50 Frauen und Kinder entdeckt habe und fragte, was er mit ihnen machen solle. Der Vorgesetzte antwortete lachend, diese Frage will ich von ihnen nie wieder hören, sie wissen ganz genau, was sie so tun sollen. Etwa 2000 Menschen wurden von den Phalangisten ermordet. Wer zu fliehen versuchte, wurde von denen einem Ring um die Lager stehenden israelischen Soldaten aufgehalten und mit vorgehaltener Waffe wieder zurückgetrieben. Als sie fertig waren, wurden die Phalangisten von ihren israelischen Bundesgenossen wieder aus den Lagern heraus eskortiert. Das Bekanntwerden des Massakers löste Massendemonstrationen in Israel aus. 300.000 Menschen gingen in Tel Aviv auf die Straße, forderten ein Ende des Krieges und eine Bestrafung Ariel Sharons. Bekanntlich kam der dann nicht vor ein Kriegsverbrecher-Tribunal, sondern wurde israelischer Ministerpräsident. Unter dem öffentlichen Druck zog sich Israel aus Beirut zurück, wo eine internationale Schutztruppe einzog. Doch die israelische Besatzung des Süd-Libanon ging weiter, voller 18 Jahre bis ins Jahr 2000. Dort führte der Hass auf die Brutalität der Besatzer zum Aufkommen einer neuen schiitisch-islamistischen Miliz, der Hezbollah. Die im Süd-Libanon lebenden Schiiten hatten die israelischen Besatzungstruppen zuerst überwiegend freundlich begrüßt, denn das Verhältnis der alteingesessenen Schiiten zu den palästinensischen Flüchtlingen und der PLO war sehr gespannt. Erstens, weil die überwiegend traditionalistisch-religiöse schiitische Minderheit der bei den Palästinensern dominierenden säkularen, linksnationalistischen Ideologie mit sozialistischen Sympathien ablehnend gegenüberstand. Zweitens, weil Guerilla-Aktionen von PLO-Kämpfern jenseits der Grenze regelmäßig zu israelischen Vergeltungsschlägen führten, die die örtliche Bevölkerung gegenüber der PLO erbitterten. Darum begrüßten sehr viele Schiiten den israelischen Einmarsch als eine Art Befreiung. Doch die exzessive Brutalität und Arroganz der Besatzer führten in kürzester Zeit zu einem völligen Stimmungsumschwung. Eine neue schiitische Miliz namens Hezbollah erlebte plötzlich Massenzulauf unter der örtlichen Bevölkerung und der Argwohn gegen die Palästinenser war vergessen angesichts des neuen gemeinsamen Feindes. Das israelische Besatzungsregime brachte das Kunststück fertig, alle ideologischen Gräben in der Bevölkerung zu überbrücken. Und Gewerkschaften, die libanesischen Kommunisten, säkular-nationalistische Palästinenser und schiitisch-islamistische Gotteskrieger in einer gemeinsamen Abwehrfront gegen die Besatzer zu vereinen. Und die bisher ganz unbedeutende islamistische Bewegung im Libanon wurde in den Besatzungsjahren gegenüber den bisher dominanten linken säkularen Kräften immer stärker. Die Islamisten von der Hezbollah kämpften am effizientesten und entschlossensten gegen die Besatzer, fügten den von der ganzen Bevölkerung gehassten israelischen Truppen die höchsten Verluste zu und gewannen dadurch in den Massen Respekt und Popularität als entschiedenste und glaubwürdigste Kraft der Verteidigung der muslimischen libanesischen Bevölkerung. Das Resultat der israelischen Besatzungszeit war schließlich, dass die linken säkularen Kräfte an den Rand gedrängt wurden und der Südlibanon sich zu einer Art Staat im Staat und der Herrschaft der Hezbollah entwickelte. So wie das grausame israelische Kolonialregime in den Palästinensergebieten zur Geburt der Hamas führte und dazu, dass die Hamas innerhalb der palästinensischen Gesellschaft sich schließlich die meisten säkularen Kräfte unterordnen konnte, so war das israelische Besatzungsregime im Libanon mit seinen ungeheuren Kriegsverbrechen der Ursprung der Hezbollah. Unterworfene Bevölkerung unter... Ja, ich habe gerade richtig gehört. Ohne israelisches Besatzungsregime im Südlibanon keine Hezbollah. Das ist übrigens auch eine Gemeinsamkeit zwischen Hezbollah und Hamas. Beide sind unter israelischer Militärbesatzung entstanden. Der politische Islam, der sowohl in Palästina als auch im Libanon vorher keine große Bedeutung hatte, ist durch diese andauernde israelische Besatzung erst zu einer politisch relevanten Kraft geworden. Verdrücken und massenhaft abschlachten hat sich historisch nicht als effizienter Weg zu deren politischer Mäßigung erwiesen. Warum scheint die Regierung Netanyahu nun aber trotzdem darauf zu brennen, die Erfahrung der 80er Jahre zu wiederholen mit einer neuen großen Invasion im Libanon? Für Netanyahu persönlich dürfte ein ganz banaler Grund eine große Rolle spielen. Verewigung des Krieges schützt ihn vor Amtsenthebung und Gefängnis. Netanyahu ist nicht nur einer der großen Kriegsverbrecher unserer Zeit, er ist höchstwahrscheinlich auch nach bürgerlichem Recht ein Krimineller, der vor dem 7. Oktober mit erdrückender Indizienlast wegen Korruption und Amtsmissbrauchs vor Gericht stand und höchstwahrscheinlich verurteilt worden wäre, wenn sein Prozess wegen des Krieges nicht ausgesetzt worden wäre. Die von seiner rechtsradikalen Koalition letztes Jahr unternommene Justizreform hatte mit ihren Maßnahmen für die Stärkung der Exekutive gegenüber der Judikative nicht zuletzt den Sinn, Netanyahu selbst vor Amtsentzug und Gefängnis zu bewahren. Sein Prozess ist mittlerweile zwar wieder aufgenommen worden, aber es scheint undenkbar, dass ein Regierungschef tatsächlich in Haft kommt, während er als Oberbefehlshaber in einem als nationalen Verteidigungskrieg verbrämten Kampf fungiert. Und die Sache geht weiter als bloß juristischer Schutz. Solange der Krieg weitergeht, kann die Regierung, die angesichts ihrer Justizreform vor dem 7. Oktober auf massiven Widerstand aus der israelischen Gesellschaft getroffen war, sich als Kriegshelden und Vaterlandsverteidiger inszenieren und damit die Gesellschaft befrieden. Als nationale Verteidigung verbrämter Krieg ist der beste Kitt zur Stabilisierung einer Klassengesellschaft. Besonders, wenn es sich um einen militärisch völlig gefahrlosen Krieg gegen massiv unterlegene Gegner handelt, die das bedrohte Vaterland niemals wirklich in Gefahr bringen können. Aber es geht wohl nicht nur um ein taktisches Manöver für kurzfristigen innenpolitischen Gewinn, sondern auch um längerfristige strategische Pläne. Die Region Netanyahu scheint den 7. Oktober von Anfang an als willkommene Gelegenheit begriffen zu haben, mit voller US-Rückendeckung endlich alle strategischen Ziele Israels im Nahen und Mittleren Osten durchzusetzen und alle relevanten Gegner Israels auszuschalten. Ob sie mit dem Massaker vom 7. Oktober nun irgendetwas zu tun hatten. Ja, deswegen auch diese Gerüchte, dass die Hezbollah und der Iran mit dem 7. Oktober irgendwas zu tun gehabt haben sollen. Also und das jetzt, also das haben wir gerade gesagt mit US-Rückendeckung, die Frage, also das ist die Frage, wie die USA jetzt zu dieser neuerlichen Eskalation stehen. Also es ist nämlich sehr wahrscheinlich so, dass die israelische Regierung schon gerne direkt nach dem 7. Oktober neuen Krieg mit dem Libanon gehabt hätte, aber die USA da bremsend drauf eingewirkt haben, weil die USA eben nicht so viele Kriege gleichzeitig führen wollen. Und deswegen ist es bisher auch noch zu keinem großen Krieg mit dem Iran gekommen, weil die USA da kein Interesse dran haben. Oder nicht. In die sofort erhobenen, hanebüchenen Beschuldigung der Iran seien die Planungen für den 7. Oktober involviert gewesen, zielten wohl darauf, die Rückendeckung der USA für eine Luftkampagne gegen den Iran oder zumindest eine militärische Ausschaltung des iranischen Satelliten Hezbollah im Libanon zu gewinnen. Die USA pfiffen Netanyahu aber offensichtlich zurück und machten ihm klar, dass man neben dem bereits extrem kostspieligen und ressourcenaufwendigen Ukrainer Krieg und der Finanzierung und Bewaffnung eines israelischen Rachekriegs gegen Gaza und der Vorbereitung auf einen Krieg um Taiwan einfach keine Ressourcen mehr übrig hat, Israel noch einen weiteren größeren Regionalkrieg zu bezahlen. Es scheint, dass die Regierung Netanyahu nun aber zuversichtlich ist, die Hamas in Gaza so sehr geschwächt zu haben, dass man ohne großes Risiko für die dortige Position mit dem vorhandenen mittelnden Schwerpunkt von Gaza nach Norden in den Libanon verlegen könnte, um einerseits die Hezbollah auszuschalten oder zumindest stark zu schwächen, andererseits einen Teil des Libanon als Sicherheitszone zu annektieren. Und Israel neigt historisch nicht dazu, einmal erobertes Territorium wieder zurückzugeben. Mit Ausnahme des Sinai sind auch die 1967 besetzten Gebiete immer noch in israelischer Hand und werden heute teilweise im Westjordanland schrittweise ethnisch gesäubert und in den israelischen Staat integriert. Auch ein Teil des Libanon zu erobern und ihn im Sinne der Etablierung einer Sicherheitszone durch massen... Ich weiß, dass diese ganzen pro-israelischen Kommentatoren jetzt in meinen Kommentaren schreiben werden, ja Israel hat doch den Gaza-Streifen zurückgegeben, ja, um dann alle paar Jahre dort den Krieg vom Zaun zu brechen und die Kontrolle über alle Handelswege im Gaza-Streifen weiterhin zu behalten und da quasi immer noch militärisch die Hand drüber zu haben. Also der Gaza-Streifen galt auch, nachdem Israel sich da zurückgezogen hatte, weiterhin als besetztes Gebiet, da Israel eben den gesamten Außenhandel des Gaza-Streifens, alle Zufahrtswege kontrolliert hat. Es geht auch für den Grenzübergang Rafah, wo Israel eng mit Ägypten kooperiert hat, um das zu kontrollieren. Die Vertreibung ethnisch zu säubern läge voll im Sinne der Groß-Israel-Fantasien der israelischen extremen Rechten, die in Form von Netanyahus-Koalition gerade die Regierung stellt. Vieles ist noch ungewiss, ob die große israelische Bodeninvasion überhaupt kommen wird, welche Dimensionen sie haben und der Durchsetzung welcher langfristigen Ziele sie dienen wird. Eines aber dürfte jetzt schon feststellen. Sollte es zu diesem neuen Angriffskrieg kommen, wird er wieder auch mit deutschen Waffen und deutschem Geld geführt werden. Und werden wir uns im täglichen Propagandafreuer anhören dürfen, dass wir alle jetzt erst recht für die Verteidigung des mitten im Frieden schamlos überfallenen israelischen Staates eintreten sollten. Ja, ja. Und diese Kriegspropaganda, die erlebe ich jetzt schon. Also das ist wirklich schlimm. Also wie uns dieser Konflikt gezeigt wird, da ein Bösewicht präsentiert wird. Also es ist genauso wie beim Ukraine-Krieg, nur dass hier nicht mal dieses Propagandanarrativ stimmt, dass die Hezbollah Israel angegriffen hätte, sondern es ist genau das Gegenteil der Fall. Israel möchte gerade in den Libanon einmarschieren und fliegt dort eine sehr brutale Luftkampagne mit sehr vielen zivilen Opfern, ohne dass die Hezbollah irgendwie ein Interesse an einem großen Krieg hätte. Also die Kriegspropaganda, die wir gerade erleben, ist so gesehen sogar noch schlimmer als beim Ukraine-Krieg. Aber die Mehrheit der Bevölkerung weiß um die politischen Zusammenhänge in der Region nicht und deswegen kann man ihr das eben erzählen. Deswegen ist es wichtig, sich mit den geschichtlichen Hintergründen zu beschäftigen. ein gutes Video von Fabian Lehr. Also wer ihn nicht kennt, Fabian Lehr ist ein kleiner kommunistischer Blogger, mag vielleicht viele Dinge anders sehen als ich, aber die Geschichtsvideos von ihm sind eigentlich immer relativ informativ und das hier war ja auch größtenteils ein Geschichtsvideo, weil er sich hier mit den israelisch-libanesischen Beziehungen beschäftigt hat und welche Bedeutung sie für den jetzigen Konflikt haben. Deswegen wichtig, sich damit zu beschäftigen. Gutes Video. Vielen Dank. Vielen Dank.